Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Jubiläumsjahr präsentiert sich das Festtagsangebot von Gubb noch umfangreicher und attraktiver als bisher. Neben den traditionellen Gubb-Quick-Spezialitäten, die im eigenen Saft vorgekocht worden sind und die man nach einer Stunde ziehen im heissen Wasser nur noch aufschneiden und transchieren, bekommen Sie bei Gubb auch ein umfassendes Frischprodukte-Angebot. Fleisch, Flügel, knackiges Gemüse. Oder der geräucherte Atlantische Rauchlachs aus Norwegen. Lassen Sie sich eine abwechslungsreiche Käseplatte zusammenstellen. Oder überraschen Sie Ihre Gäste mit einem tropischen Traumdessert. Zum feinen Gubb-Kaffee empfehlen wir Ihnen etwas Süsses vom Arnie Confisseur oder wie wäre es mit einer Goldstar-Eistorte als Abschluss vom Festessen. Vor der Wiener können Sie aber einen von diesen 100 Preisen gewinnen. Vorausgesetzt, Sie haben am Markenspiel mitgemacht. Zum letzten Mal trägt sich also heute Marco Matt hier bei uns im Studio. Wir sind gespannt, ob welchem Markenartikel, der hier nicht stehen bleibt. Und das ist Nivea. Nivea wäre also die richtige Lösung. Und wenn Sie Nivea auf die Postkarte geschrieben haben, dann in Ihre Postkarte jetzt hier in dem Chor bin, den Daniel gebracht hat. Vielen Dank, Daniel. Und jetzt ziehen wir den oder die glückliche Gewinnerin. Das heisst, Barbara macht das wie immer. Ganz charmant. Voilà. Und die 1000 Franken, die gehen an Gabriela Itin in Lausen an der Ergolstrasse 2. Gratulieren ganz herzlich. Ja. Und damit ist es Zeit. Wir schalten um in die Studiokochie. Guten Abend miteinander. Der Kotmetzger hat uns für heute ein Kalbsvoressen empfohlen. Zur Abwechslung mache ich es nach Berner Art. Ich habe eine Zwiebel mit Lorbeerblatt und Nägel bestickt. Rüebel und Sellerie habe ich in nicht allzu kleine Würfel geschnitten. Ich kann das Fleisch im heissen Anken gut anbraten, gebe Zwiebeln und das Gemüse dazu und lösche mein Bouillon ab. Das Gericht lasse ich jetzt zugedeckt bei kleiner Hitze 40-50 Minuten schmoren. Dann gebe ich dem Becher sauren Halbramm dazu und verrühre ein Ei in einen Deziliter Weisswein. Und dann gebe ich das ebenfalls dazu. Ganz zum Schluss, kurz vor dem Servieren, kommt dann noch ein bisschen abgeriebte Zitronenschale darüber. Ich wünsche Ihnen beim Kochen von dem Wärschaften-Berner-Voressen, das wenig Vorbereitungszeit braucht, jetzt schon viel Vergnügen. Für schöne Weihnachtserinnerungen offeriert Ihnen Coop das Duo Codacolor Gold 100 oder Codacolor Gold 200 besonders günstig. 200 Gramm Apelbenz wilder Weiss gibt es für nur 72. 100 Gramm köstlich atlantischer Rauchlachs aus Norwegen für nur 5.20 und 2 Kilo Clementine aus Spanien für nur 3.00 Franken. Und für ein gutes Dessert bekommen Sie jetzt bei Coop verschiedene exotische Früchte besonders günstig. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. 500 Gramm Coop Jubiläur Bohnenkavit 2 Franken günstiger für nur 4 Franken. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei den Vorbereitungen für das Festessen und noch weiterhin einen schönen Abend.